Hallo, ich grüße euch zur ersten Woche des Kurses Studieren in Deutschland fit for Uni. Wir wollen euch in dieser Woche zeigen, an welchen Hochschulen man in Deutschland studieren kann, welche Voraussetzungen an den Hochschulen verlangt werden oder wie man das Studium finanzieren kann. Wir werden euch zu den Videos, die ihr wahlweise auf Arabisch mit Hani Al-Qasim oder auf Deutsch anschauen könnt, weitere Aufgaben und Hinweise geben. Damit wollen wir euer Wissen über das Studium in Deutschland, aber auch eure deutschen Sprachkenntnisse vertiefen. Ihr lernt also nicht nur mehr über das Studium in Deutschland, sondern ihr könnt auch euer Deutsch verbessern. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg in Woche 1 unseres Kurses.